Die Handball-Bundesliga 1993-94 war die 17. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 28. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. 18 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 1994. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TSV Scharnhausen. Der OSC 04 Rheinhausen und der VfL Bad Schwartau. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 20. Mal statt. Deutscher Meister 1994 wurde zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel. Aus der Handball-Bundesliga in die zweite Bundesliga absteigen mussten mit dem TUS Schutterwald, dem OSC 04 Rheinhausen, dem VfL Fredenbeck und dem TSV Scharnhausen dieses Mal vier Vereine, da die Handball-Bundesliga-Saison 1994-95 still nur mit 16 Vereinen startete. In 306 Spielen fielen mit insgesamt 12.752 Toren im Durchschnitt 0,5 Tore mehr als in der Saison 1992-93 still. Dabei gab es 212 Heimsiege, 47 Unentschieden und 47 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der THW Kiel am 17. Spieltag mit 29 zu 12 gegen den TSV Bayer Dormagen. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 27. Spieltag die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt mit 20.32 beim OSC 04 Rheinhausen. Das torreichste Spiel fand am 5. Spieltag zwischen dem OSC 04 Rheinhausen und dem TBV Lemko statt und endete 25 zu 32. Das waren 15 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Fünf Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze. HSV Düsseldorf, VfL Gummersbach, SG VfL, BHW Hameln, TV 08 Niederwürzbach und THW Kiel. Torschützenkönig wurde mit 242 erzielten Toren Peter Gerfen vom VfL Bad Schwartau. Den zum 20. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich wie im Jahr zuvor die Mannschaft der SG Wallau-Massenheim. Außerdem gewinnt Hüsem Essen den neu eingeführten 4. Europa-Pokal City Cup. Statistik Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Meistermannschaft DHB-Pokal Den DHB-Pokal 1994 gewann die Mannschaft der SG Wallau-Massenheim. Den DHB-Pokal